Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Neuen. Odin war shoppen? Diesmal ein etwas anderes Odin war shoppen. Warum? Also eigentlich nicht wirklich, aber im Prinzip schon, weil normalerweise ist Odin war shoppen immer Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Hier sind aber zwei, drei Produkte mit bei, die habe ich nicht selber gekauft, deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich die ganze Zeit Werbung oben stehen habe oder halt nur, wenn das Produkt kommt und am Anfang ja ein P für unterstützt für Produktplatzierungen. Da muss ich erstmal gucken, wie gerade die Gesetzlinien sind. Das ändert sich ja immer wieder. Früher musste man das die ganze Zeit oder am Anfang nur sagen und jetzt muss man dann halt während das ist ein Werbevideo einblenden. Da muss ich gerne aber erstmal gucken, dass sie alles auch rechtlich Hand und Fuß hat. Wir haben hier richtig viel. Und ich freue mich schon mega drauf. Mega, mega, mega drauf. Der Soulflyer weiß schon Bescheid. Da gingen Grüße raus an Soulflyern. Und an Sören. Sören hat auch einen Teil dazu beigetragen. Da euer erstmal ganz liebe Grüße an Sören. Und zwar, hier habe ich den Aufkleber noch nicht abgemacht. Das kam nämlich heute. Das andere ist alles schon da. Es fehlt nur noch ein einziges Produkt. Das werde ich euch über die Kamera gleich, äh über das Handy gleich zeigen, was noch kommt. Das dauert aber so fünf bis acht Wochen steht da. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es eine Spezial nenne oder mit den Produkten, die wir jetzt sehen. Hier ist auch noch so ein Zettel mit bei. Ich soll es nicht gleich zurückschicken, lieber Kunde. Das muss ich mir dann nachher mal durchlesen. Ähm, ja. Und zwar kam heute meine neue Kamera. Die Sony Alpha 6400. Ich muss nochmal selber nachgucken. Ich habe noch nicht von unten oben geguckt. Ja doch, das ist die 6400. Ich freue mich. Mega. Hat auch ganz schön Gewicht, muss ich sagen. Ähm, warum ist es die Sony Alpha 6400 geworden? Ähm, kann ich euch ganz genau erklären. Einmal ist es, die Modelle da drunter haben kein Kopfhörer, ähm, kein Mikrofoneingang. Das war mir aber ganz wichtig, weil ich sie ja nicht als reine Webcam nutzen will. Ich werde sie auch als Webcam nutzen, äh, um den Hangout und die, äh, 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 Chatting-Videos besser machen zu können. Also, damit ihr da eine bessere Qualität habt, mich besser seht. Dass es halt noch schöner aussieht. Deswegen, äh, hätte ich auch eine preislich günstiger nehmen können. Die anderen waren so bei, äh, ähm, bei 600 Euro, 500 Euro, wenn man sie braucht, kauft. Die hat mich jetzt gekostet bei Otto. Also, ich habe sie extra bei Otto gekauft, weil das war ein fucking geiles Angebot. Also, die ist, habe ich gekauft für 900, äh, ne, oh Gott. Wenn ich falsch jetzt sagen, 963 Euro oder so. Ähm, so, ich kann euch leider die Rechnung nicht zeigen, weil da steht meine Adresse mit bei. Ähm, Rechnung öffnen. So, insgesamt habe ich jetzt bezahlt, ne, 967 Euro habe ich bezahlt. Die Kamera alleine kostet 963 Euro. Jetzt fragt euch, warum mehr? Ja, ich habe eine 4-Jahres-Garantie bei Otto bekommen. Für 14 Euro Aufschlag. Ich weiß mal, ich kann nicht euch das zeigen. Hier stehen meine Adressen-Daten, äh, Artikelnummer, bestellt an. Äh, so, ich glaube, so kann ich es euch halbwegs zeigen. 48 Monate Otto-Langzeit-Garantie für 14,99 Euro. Ja, 14,99 Euro wägt eigentlich denn noch mehr bei, also als nicht bei 963 Euro. Sondern eigentlich noch mehr. Aber ich hatte noch bei Otto, ähm, Sparguthaben nennt sich das, wenn man öfters bestellt, ab und zu kriegt man dann nur ein Sparguthaben, so 10 Euro, damit will Otto dann sagen, hier guck mal, kauf doch mal bei uns ein hier. Ab einem Bestellwert von 50 Euro oder ab einem 20 Euro Bestellwert oder was weiß ich, bekommst du hier 10 Euro von uns geschenkt. Äh, gratis Versand hatte ich sowieso, deswegen habe ich keinen Versand bezahlt. Da habe ich dieses Otto ab. Ähm, habe ich vorhin, ja, ich kaufe für 7 Euro oder ne, 9,99 Euro anstatt 19 irgendwas oder so und dafür kann ich dann halt alle normalen Bestellungen, also nicht Schränke und das, was groß ist, was mit Lieferdienst kommt, sondern alle normalen Bestellungen, was mit Paketdienst kommt, mit Hermes, normal Hermes, äh, brauche ich keinen Versand mehr bezahlen für ein Jahr oder so. Und, ja, also habe ich praktisch, wenn du von 14,99 die 10 Euro abziehst, habe ich 4,99 für, äh, 4 Jahre Garantie bezahlt. Also für 2 Jahre extra Garantie. Bei Amazon und bei allen anderen Händlern war ich da bei um die 54 Euro. Und da habe ich gedacht, na, wenn ich schon so viel Geld für eine Kamera aushebe, dann richtig, dann am besten halt mit Garantie für längere Zeit, falls was ist, bin ich da auf der sicheren Seite und da habe ich dann gewartet. Ich habe die, wann halt die bestellt, vor die Woche, vor, vor die Woche, weiß ich nicht, muss ich's Wohlflyer fragen, der weiß das. So, jetzt legen wir die Kamera aber mal kurz hier beiseite. So, und dann, was ist das? Klebestreifen, unbedingt zum Verschließen des Umkehrkartons nutzen. Achso, ja, falls ich's so rückschicken wollen würde, würde ich eins. So, und warum ich hier noch so viel habe, ich hab alles jetzt gekauft dafür, was eigentlich dafür gekauft werden muss. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Eins, wie gesagt, habe ich bei Otto noch. Und zwar habe ich mir auch ein Ladegerät gekauft mit zwei externen Akkus, also mit zwei externen Akkus, mit zwei Akkus für die Kamera, dass, wenn ich jetzt hier Videos mache oder irgendwo unterwegs bin, halt der Akku, der mit bei ist, plus zwei Akkus, plus Ladegerät, was du per USB laden kannst, kann ich im Auto laden, kann ich mit einem externen Akku laden, alle drum und dran. Das Ding kostet eigentlich 39,99. Ist momentan 40% reduziert für 23,95. Ich habe aber nochmal einen Rabatt gekriegt, weil die Kamera hatte ich da vorbestellt und dann war das Sparguthaben irgendwie zwar bei der Kamera mit bei, aber es wurde mir noch angezeigt. Ich habe gedacht, oh geil, weil die Zeit war ja sowieso abgelaufen, habe ich schon wieder 10 Euro Sparguthaben gekriegt, habe das eingelöst. Das war dann aber nicht mit bei, dann habe ich mich mit Otto in Verbindung gesetzt und dann haben sie gesagt, weil sonst hätte ich das, habe ich gesagt, hätte ich sonst nicht gekauft, weil ich 10 Euro Rabatt, mhm. Haben sie gesagt, ja, ist okay, ziehen wir den am Ende ab. Machen wir am Ende. Also du meldest dich, wenn du die Bestellung da hast und bevor du das Geld an uns überweist, meldest dich bei uns, dann reduzieren wir den Preis, wir ziehen das ab, preisst noch einmal die Gutschrift, bla bla bla. Ja, und jetzt habe ich bezahlt, ich zeige euch den Akku mal. Also Gladirid mit den zwei Akkus, da steht jetzt 23,95. Ihr müsst euch halt 10 Euro abdenken, also 13,95 habe ich dafür bezahlt, das ist dieser hier. Ja, für 23,95, ich habe 13,95 bezahlt, dann habe ich das auch. Dann, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen chronologisch vorzugehen, weil ich das ja, wie gesagt, nicht nur hier auf dem Stativ nutzen will und das Ringlicht war mir eine Leere. Also das mache ich nicht nochmal mit dem Ringlicht, das war mir zu wackelig, das ist Plastik, Jut, könnte man jetzt vielleicht mal gucken, wie von der Breite passt, will ich noch nicht so sagen. Aber auch da und mit dem Hin- und Herschnallen war mir immer ein bisschen blöd und da hat mir Rudi auf eine Jutidee gebracht und dann habe ich geguckt und habe ein Produkt gefunden. Da hat mir der Hersteller auch eine Zusammenarbeit zugesagt, diese Sachen, die ich jetzt euch zeige, sind aber von mir selber gekauft, weil ich sie bei Ebay noch gefunden habe. Die kosten bei Amazon, ich glaube 38,01 Euro, momentan nicht lieferbar. Hat der Hersteller auch gesagt, da gibt es auch eine zweite Generation, aber nicht für Europa, sondern nur für Asien. Und diese Version, also das ist die Version 1, habe ich jetzt bei Ebay geschossen, da konnte man aber auch nur maximal zwei bestellen für, ich glaube 18, nee, für 33 Euro, 36, nee, 36 Euro, zwei Stück. Und das sind die, die werden wir auch nachher noch weg und noch separat Videos machen, unboxen und euch zeigen, wie das alles funktioniert. Das sind diese beiden hier. So ein Schnellverschluss ist das. Ist beides das gleiche. Hat den Vorteil, dass ich jetzt zwei habe, dass ich praktisch an meine alte Kamera eins ran machen kann. Dann könnte ich auch mal mit zwei aufnehmen. Noch macht sie ja noch das, ich weiß nicht wie lange, aber noch macht sie halbwegs das, was sie soll. Und eine Platte mache ich unter die neue Kamera. Und die Unterplatten kommt einmal hier auf das Stativ, wo jetzt die Kamera drauf ist und einmal hinten in der PC-Ecke. Und dann kann ich praktisch durch Druck einfach die Kamera abmachen, hier ran machen und brauche halt nicht unten hin und her schrauben. Das ist das. So. Dann ist auch eine Zusammenarbeit, das kommt dann später. Ich mache das erstmal hier so ein bisschen rein. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen besser stapeln können. Habe ich mir einen externen Akku geholt von Sony. Den habe ich auch preisgünstig geschossen. Den habe ich, wo habe ich denn den geschossen? Gute Frage. Nagelneu, also nicht gebraucht oder so. Weil gebraucht waren die immer noch so teuer wie die neuen. Äh, den habe ich geschossen. Wo habe ich denn den geschossen? Den habe ich bei, ach, den habe ich bei Amazon geschossen. Für um die 80 Euro habe ich den geschossen. Vorher hat er immer so 96, 106 Euro gekostet. Und jetzt habe ich den für um die 80 Euro gekriegt. Dadurch wird die Kamera dann an Strom. Ich brauche halt nicht den Akku und dann immer Akku wechseln und so. Wenn ich längere Videos mache, Hangout und so, dann ist das am Strom. Wie ihr sichert, passt super. So, so, haben wir das. Dann, für die Videos hier, hätte ich gerne eine Fernbedienung gehabt, wegen Zoomen und Aufnahmedrücken und so. Weil bei der Kamera, das ist der Nachteil von der Kamera, das ist nur bei dem höheren Modell besser, mit dem Anschaltknopf für Videoaufnahmen, ist bei der Kamera ein bisschen, muss ich immer so an der Seite irgendwie, das ist halt nicht so gut gelöst. Aber die Kamera hat auch den Sensor der Alpha 7 III und Alpha 9 Reihe drin. Das ist das einzige Modell aus der 6000er Reihe, die das hat. Nicht mal die 6600 hat das, sondern nur die. Die hat auch Augenfokus für Menschen und für Tiere und kommt alles im separaten Video dazu. Aber da hätte ich gerne eine Fernbedienung, dass ich dann hier sitze und drücke. Und dann kann ich auch, dass ich dann hier so ran zoomen kann, weil die Kamera ja da ist und so. Weil das weiß ich nicht, wie das dann alles läuft und wenn ich dann auch am Fernseher bin, habe ich gedacht, gleich Komplettpaket. Da habe ich den Hersteller gefragt und der hat mir auch eine Zusammenarbeit zugesagt. Da kommt dann auch nochmal ein separates Video dazu. Und da muss ich jetzt sagen, ich hatte eigentlich angefragt wegen einer Fernbedienung. Fernbedienung. Und danach habe ich erst gesehen, wo der Hersteller gesagt hat, schick nochmal dir zu, ist unterwegs, dass die auch so eine Art Dreibein hatten mit integrierter Fernbedienung für 89 Euro. Die Fernbedienung 49 Euro oder 39, bin mir nicht sicher. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Da habe ich gesagt, geil. Geil, das ist dann für später vielleicht mal was. Da hat mir der Hersteller das geschickt. Das ist dieses Dreibein. Ich hatte es jetzt auch schon einmal ausgepackt, weil ich mich gewundert hatte. Und jetzt haltet euch fest, es ist nicht nur das Dreibein, es ist die Fernbedienung. Die kann man aus diesem Dreibein, kann man die raus machen. Da hat man hier so einen Hebel, kann man die raus machen und hat die so in der Hand und kann drücken. Voll geil. Richtig, richtig geil. Da erstmal fettes Dankeschön an die Firmen, die da mit mir zusammenarbeiten. So, dann kommen wir zum nächsten. Wir sind auch bald fertig. Dann habe ich noch was bei Ebay geschossen, nagelneu. Habe ich bei Gravis geholt, war im Angebot. Überall hat sie 100, über 100 und hier habe ich dann halt wesentlich weniger bezahlt. Eine Elgato Capture-Karte. Also den Cam Link. Warum fragt ihr euch, warum hole ich jetzt einen teuren Akku, nicht einen Billion? Gibt es auch für 25 Euro, gibt es halt auch einen China-Akku. Da habe ich aber bei einigen gelesen, dass die heiß wären. Im Internet habe ich keine Videos gesehen. Aber die Hersteller, die heißen alle immer unterschiedlich und manchmal gleich. Und das war mir dann zu heikel. Deswegen halt da lieber teuer, aber dann gut. Und auf der sicheren Seite. So genauso wie mit dem Cam Link. Da weiß ich, was ich bekomme, wenn ich fast 1.000 Euro für eine Kamera aushebe. Fast 1.000 Euro. Dann will ich auch Qualität haben. Und mit dem Cam Link weiß ich, dass ich Qualität habe, dass der warm wird, klar. Aber es wird auch ein Video dazu geben, dass ich dann gute Qualität habe. Ich habe auch eine China-Capture-Karte, die für 85 Euro, was ich ja damals mal gezeigt habe, die werde ich auch nochmal versuchen, hier mit der Kamera zu benutzen. Ich werde auch die Kamera mal mit dem USB anschließen. Da gibt es eine Software, die soll auch gehen. Ich will da einige testen. Ich werde auch versuchen, alles so viel wie möglich in Videos umzusetzen. Aber da war mir das halt wichtig, dass ich da auf Qualität setze. Und deswegen den Cam Link. Gleich sind wir fertig. So. Dann habe ich noch was bekommen. Vom lieben Soulflyer, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Der... Moment. So. Da bin ich auch wieder wadelt betreute Seen für meine Tochter. Also nicht für mich, sondern dass meine Tochter mit ihrer Mutter betreutete Seen hat. Vom lieben Soulflyer, da war ich noch stehen geblieben. Der hat mir die Sendest Extrem Pro geschickt. Also über meinen Wunschzettel. Sind 128 GB, die Kamera soll auch wohl HDR haben. Habe ich nur in einigen Sachen gelesen, sonst steht immer nur was von 4K da mit 30FPS. Werden wir gucken. Aber damit kann ich dann auch 4K-Videos machen. Und dann kommen wir jetzt zu Kabelei. Und zwar habe ich da wieder bei Kabel Direkt gefragt und Kabel Direkt hat netterweise gleich gesagt, noch klar sind wir dabei. Da habe ich jetzt... Weil ich jetzt wirklich... Weil es war am Anfang nicht ersichtlich, dass ich mir den großen Akku gleich jetzt schon hole. Wo das hier schon geklärt war oder kam. Weil der war mir eigentlich zu teuer, der Originalteil hier mit 100 Euro und so eine Schoten. Deswegen... Ich muss hier nur schnell auspacken, damit ihr das sehen könnt. Hatte ich dabei Kabel direkt, auch wegen USB-Kabel. Ihr fragt, wegen Strom, weil man kann die auch über USB laden. Ich packe jetzt einfach mal hier einen davon aus. Das ist ein USB, aber kein USB-C, wegen der Kamera, die hat nicht USB-C. Seht ihr das? Das ist so ein Mini-USB, wie von den alten, älteren Handys auf Normal-USB mit Metall hier oben. Einen schönen, dicken, geschirmten Kabel, aber die Länge reicht nicht ganz. Deswegen habe ich hier auch Verlängerungsstücke, auch von Kabel direkt. Finde ich auch richtig cool, dass das da draufsteht. Ich hoffe, ich glaube, das könnt ihr jetzt schlecht erkennen. Da. Und dann kann ich den dann hier so und kann den Kabel verlängern. So, und dann halt zweimal Verlängerungskabel. Einmal, für den PC brauche ich nicht ganz so lang, aber für hier die Ecke brauche ich was länger, weil hier hantiere ich ja immer rum. Und so ein Verlängerungskabel und USB-Kabel kannst du sowieso immer hier brauchen. Und ich hatte von Kabel direkt schon viele Kabel, aber USB hatte ich noch nicht. Ich habe mir die ja schon angeguckt. Ich werde gleich hier nochmal einen rausholen und euch den zeigen. So, da haben wir dann halt einmal die Verlängerungskabel und dann einen normalen USB, den will ich euch gleich nochmal zeigen. Dann haben wir nochmal einen USB. Die Länge steht hier auch irgendwo und ich bin wieder nur zu blind. Moment. So. Ich habe mir jetzt extra mal meine Brille geholt. Also, das sind die beiden Verlängerungskabeln. Der eine ist zwei Meter und der andere ist ein Meter, der kleine. Dann die passenden USB-Kabel dazu. Einmal für hier und einmal für die PC-Ecke. Da ist der hier zwei Meter und der ist auch zwei Meter und den hatte ich euch ja schon gezeigt. Auch hier steht Kabel direkt. Also, das finde ich, das finde ich immer ganz cool gemacht. Auch hier schön schön dick. Auch hier den Anschluss, den hatte ich mir nämlich schon angeguckt. Den Anschluss, auch der ist sehr gut verarbeitet. Da hatte ich nämlich schon mal USB-Kabel, die waren nicht so pralle und hier gebe ich euch einen Tipp. Schmeißt diese Dinger nicht weg. Klettverschluss, die könnt ihr für Kabelmanagement benutzen, wenn ihr so zwei, drei Kabel zusammen machen wollt. Ich hebe die immer auf von allen Kabeln von Kabel direkt. Die sind immer mit bei und die hebe ich immer auf. Kabel direkt bietet das auch einzeln an. Meine dicke Rolle ist mittlerweile verschwunden. Hier hat man eine große gehabt und dann kam sie nicht wieder zu mir. So, dann habe ich hier, weil ich über den USB-Kabel kann ich zwar laden und ich will auch gucken, wie es aussieht mit Bildübertragung über USB, mit dieser Software, die Sony anbietet. Und ich will auch gucken, wie es aussieht mit Bildübertragung und gleichzeitig Stromversorgung. Also wenn kein Akku drin ist, ob es da einen Delay gibt, ob es keinen Delay gibt, dass man sich vielleicht so einen großen externen Akku sparen kann und so für den Anfang, für die erste Zeit oder ob das halt zwingend notwendig ist. Und natürlich brauche ich aber auch, wenn ich hier den Cam-Link habe, für die Kamera einen HDMI, also von hier Mini-HDMI zu HDMI, das ist halt der schwarz-blaue von Kabel direkt. Seht ihr das? Da. Damit ich halt praktisch das Kamerabild von der Kamera hier rein und dann in den PC. Hier ist auch ein kleiner USB-Verlängerungskabel mit bei, damit ich den Cam-Link verlängern kann. Falls am Motherboard, also Quatsch am Motherboard, hinten zu wenig Platz ist, weil die USB-Kabel zu dicht sind, ist ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ist da halt ein kleiner Kabel mit bei, das werde ich auch nutzen, damit das, weil ich weiß, dass der ziemlich warm werden soll, dass der da nicht warm wird zwischen den ganzen USBs, der soll dann separat warm werden. Und um das Kabelmanagement noch toll zu machen, weil ich will das ja alles dann vernünftig machen, oben hier noch den Klettverschluss von Kabel direkt mit dem Logo. Das ist der breitere, oder ne, das ist der breiter, also das ist der dünne, den kennt ihr schon und den haben sie jetzt auch neu. Den hatten sie damals nicht, so wie den Klettverschluss für die Kabel, was ich euch gerade gezeigt habe, so einen breiten, auch schon komplett abgetimt alles. Mit richtig schön gut vernäht und dann halt mit Kabel direkt Logo und dann kann man das dann halt so festmachen, so zum Beispiel um den Multimount rumwickeln und den Kabel langführen und dann ist da auch das Logo mitzusehen und so. Finde ich cool. Also mir persönlich gefällt es und bin mit Kabel direkt von der Qualität her mega zufrieden. Ich habe überall nur noch Kabel direkt. Ich habe ja auch einige selber gekauft, zum Beispiel den von der Switch zum HDMI-Verteiler und so was alles. Und bei meinem Ambilight, das Nachrüstambilight, was ich habe an meinem Fernseher, da ist ja auch Kabel direkt Kabel mit bei gewesen. Den habe ich damals, wo ich das Ambilight gekauft habe, ein Kabel war mit bei und dann stand in der Anleitung, wäre besser, wenn man halt noch einen zweiten nimmt, weil sonst hat man ja, fehlt eben so ein Stück vielleicht vom, da habe ich dann gesagt, naja, dann machen wir gleich noch einen zweiten mit dazu. Und das wusste ich damals nicht, die waren auch von Kabel direkt. Und so bin ich ja damals erst auf Kabel direkt aufmerksam geworden, weil die da mit bei waren und ich mit der Qualität und der Verarbeitung sehr zufrieden war, weil die HDMI-Kabel, die waren dick. Man konnte sie trotzdem noch vernünftig verlegen. Und die Qualität war super. Also Bildqualität, Tone, ich hatte keinen Aussetzer. Ich hatte vorher mal einen anderen HDMI, da war dann halt so, naja, ab einer bestimmten Länge war der Aussetzer, hatte ich bei Kabel direkt noch nicht. Und auch bei den anderen HDMI hatte ich dann, wenn ich dann alle Geräte anhatte oder mehrere Geräte gleichzeitig anhatte, auch manchmal hatte ich dann ein bisschen Störung drin und so, weil der war nicht so richtig schön abgeschirmt. Ich weiß auch nicht, welches Gerät, irgendein Gerät, irgendein HDMI hat immer dazwischen gefunkt. Das ist jetzt aber schon über ein Jahr her, zwei Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ja, gute Frage, war der DVD-Player damals? Der Blu-ray-Player? Nee, ich weiß das gar nicht. Irgendein Gerät, ich hatte mir das mal, ich weiß gar nicht. Und immer wenn das an war, ist von dem anderen Gerät die Qualität, ich will nicht sagen Rauschen, so ein leichtes, und ich hatte dann so Bild-Artefakte, also das praktisch, wie ihr von alten Bildröhren kennt, dass, wenn ihr das Bild seht und das dahinter noch ein anderer Sender ist. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen, nicht ganz so krass, aber ich habe das Bild gesehen, das sah auch gut aus, aber bei den hellen Bereichen hat man halt gesehen, dass dahinter noch ein Bild ist und das sich teilweise bewegt hat. Das sah halt nicht schön aus. Und das habe ich bei KabelDirect nicht. Und KabelDirect hat mir dann geschrieben, die haben mir auch dann noch, netterweise, noch den Ultra-Highspeed-HDMI-Kabel mit dazu gepackt, der jetzt eine offizielle Lizenzierung von HDMI hat. Also, oh Gott, ich verjesse immer die Seite, hdmi.org.net.com.com oder ORG, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich packe den Link euch in die Videobeschreibung. Die haben eine HDMI entwickelt, Blasölz, und die sind dafür zuständig für diesen Standard. Und das ist ein offiziell lizenzierter HDMI 2.1-HDMI-Kabel. Mit den Features, den kennt ihr schon, den habe ich schon verbaut. Also, in der PS5 ist der dran. Ich habe den von der PS5 zum HDMI-Verteiler, vom HDMI-Verteiler zum PC, also, beziehungsweise nicht in den PC, in die Capture-Karte rein. Ich habe dann nochmal einen 1 zu 2 dran. Nochmal einen Verteiler halt. Und da geht der dann rein. Und dann geht nochmal so einer in den PC. Und einer geht hoch zum Monitor. Und die PS4 ist da mit dran. Und der 4K-Blu-Ray-Player ist dran. Das Fire-TV ist da mit dran. Und die Skybox nicht, die hat einen eigenen. Aber ich denke mal, den werde ich dann mal mit austauschen und den hier nehmen. Sind drei Meter, oh, drei Meter sogar. Das ist die längste Länge. Holla, der Waldfee. Also, länger als drei Meter gibt es den nicht. Das ist mega cool. Da könnte ich vielleicht auch einen Rückläufer machen. Oder halt die Switch. Na, mal gucken. Oder wenn ich jetzt die, 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 die irgendwann dann doch vielleicht die Xbox Series X mir hole, die kommt ja oben auf den Schrank ruf, da bräuchte ich dann einen längeren Kabel. Warum die Xbox? Weil irgendwann will ich mir die holen wegen Retro-Spielen. Also, Retro-Spielen. Xbox 360, Xbox One vielleicht auch noch. Aber eher wegen Brutal Legend. Und zum Beispiel halt. Oder Assassin's Creed 1 nochmal. Oder, also das habe ich ja noch nicht gespielt, eins. Und welches war das andere? Ach, Red Dead Redemption 1. Weil das habe ich beim Kollegen auf der Xbox One X gesehen. Und da hat er schon diesen Patch gekriegt für bessere Qualität. Das sah unfassbar geil aus. Also für das alte Spiel habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Also leck mich am Arsch, was sie da rausgeholt haben. Und die Series X habe ich auch schon viele Videos gesehen. Die hat ja mehr Power, die kann mehr nutzen. Und da haben sie auch alte Spiele verglichen auf der Xbox One X und auf der Xbox Series X. Wo noch nicht mal ein Patch für die Xbox Series X rauskam. Nichts. Einfach nur die Xbox One Version oder eine ältere Version, die sie für Xbox One X optimiert haben, auf der Series X. Und selbst da, FPS Zahl, Grafik nochmal ein bisschen steigert, weil die halt mehr Power hat. Und darauf bin ich halt gespannt. Und da haben sie mir den jetzt mit dazu gepackt. Den werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Der ist auch ein bisschen teuer. Es gibt auch andere von Kabel Direkt, die sind aber nicht 2.1. Also der kann jetzt 8K mit 60 Hertz, 4K mit 120 Hertz. Drei Meter Länge, schwarz-blau. Hier steht nochmal Blue Black, HDMI. Und wie gesagt, 2.1 Standard. Und dann gibt es ja noch die, wie der hier, der schwarz-blau ist. Also mit einem dicken blauen Strich. Der kann, also in HDMI-Form kann der auch 4K und 1080p, logischerweise. Und der kann 1080p sogar mit 60, mit 120 FPS. Oder war 4K und 120 FPS bei einer Länge von einem Meter oder drei Metern? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir das letztens noch alles nochmal durchgelesen. Also der ist auch sehr gut, aber der, also der kann, war der auch, nee, der kann kein 8K. Der kann nur 4K und 1080p. Ich packe euch die BNK-Kabel mal unten in die Videobeschreibung. Ich hatte mir letztens noch durchgelesen. Also nichtsdestotrotz müsst ihr halt gucken, was für euch zutreffend ist. Ist halt nicht, dass der eine schlechter oder der andere besser ist. Klar kann der halt, hat der nicht so eine, also mit dem dicken blauen nicht so das, was der hier kann, weil der ja ein ganz anderer Standard ist. Das ist ein 2.0 Standard, das ist ein 2.1 Standard. Und das ist dieser schwarz-blaue, den kennt ihr auch schon. Guckt euch mal an, wie dick der, wie dick der Kabel ist. Voll geil. Voll geil. Und dann kriegt ihr hier noch so ein Zettelchen mit dazu, Service, Fragen. Und dann haben sie hier so eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, wo ihr euch bei KabelDirect melden könnt, wenn ihr Fragen habt. Und die Amazon-Seiten von KabelDirect sind da auch nochmal mit bei. Also wie gesagt, ich kann echt, ich habe da noch nie Probleme gehabt. Die Qualität ist immer erste Wahrne. Selbst damals, wo mein Fernseh, also ich hatte ja den mit dem dicken blauen, hatte ich ja damals auch, wo der Fernseh auf der Seite war und der PC schon hier war, in 10 Meter Länge. Und habe 4K HDR durchgeschleift mit 60 FPS. Da hat mir KabelDirect aber auch gleich gesagt, ich habe denen gesagt, was ich machen möchte. Den ersten hatte ich ja gekauft und dann ist mir ja der Blitz rein. Und dann habe ich ja danach erst mit KabelDirect die Zusammenarbeit gehabt und dann habe ich nochmal einen bekommen. Aber den ersten habe ich gekauft, für richtig Geld, teuer Geld, was ich selber, mein eigenes Geld. Und da habe ich vorher nachgefragt, wegen Verlängerung und alle drum und dran, weil einige sagen geht, andere sagen geht nicht. Einer sagen bei 15 Metern hört es auf und dann müsste man halt so einen Verstärker mit dazu packen. Da hat KabelDirect gesagt, wissen wir nicht, also können wir nicht hundertprozentig sagen. Also eigentlich sollte es gehen, wir raten aber immer davon ab. Also die waren so offen und ehrlich, haben sie gesagt, kannst du es gerne versuchen und schickst ihn wieder zurück, wenn es nicht geht, haben sie gesagt. Oder holst dir halt so einen Transmitter, den du dazwischenbammelst. Da hätte ich dann halt zweimal 5 gemacht. Und hier habe ich ja eine Steckdose, hätte ich hier einen Transmitter gemacht. 5 Meter, 5 Meter. Oder 3 Meter, 7 Meter oder sowas in der Art, keine Ahnung. Und habe ich dann getestet und hat wunderbar funktioniert. 4K, HDR, 60fps, PS4 Pro damals, super gelaufen. Gut, das ist nicht alles 60fps, was durchkam, ich weiß, Playstation halt. Aber ich hatte dann beides laufen, also den 4K-Monitor und den 4K-Fernseher. Und es war zeitlich, ich hatte ja auch den Verteiler dran, zeitlich nichts. Also war gleich, ich hatte keine Verzögerung drin, keine Bildartefakte, kein stockendes Bild, kein abbrechendes Bild, kein flackerndes Bild oder was man da alles haben kann. Gar nichts. Nichts, nada an die Ende Null. Mega zufrieden. Mega zufrieden. So, das soll es jetzt zu dem Spezial auch gewesen sein. Halt mal ein anderes Odin was shoppen. Ich werde dann an den Stellen auch markieren, werde ich oben Werbung reinschreiben. Aber ich wollte halt nicht ein getrenntes Video haben, nur weil 2-3 Produkte mit bei waren, die ich bekommen habe. Sondern ich wollte halt alles schön zusammen haben. Und dafür habe ich jetzt ein Halden Geld ausgeben, jetzt ist meine gesparte weg. Ich habe jetzt noch ein bisschen was drin, was ich bei Ebay verkofe. Ich habe dann noch ein paar Sachen in der Pipeline, die ich noch brauche. Ich werde auch gleich noch ein Odin was shoppen machen, ein anderes, was jetzt nicht mit der Kamera zu tun hat. Das ist aber nur Kleinkram und Sachen, die ich halt vor Monaten bestellt habe, die jetzt eigentlich ankamen. Ich werde die dann separat machen, das ist wahrscheinlich Samstag oder Sonntag und das Montag. Ich weiß es noch nicht, weil Sonntag ist ja immer der Odin was shoppen Tag. Müssen wir mal gucken. Ich würde mich über Feedback freuen, ob es euch gefallen hat. Wenn ich ein bisschen durcheinander geredet habe, ein bisschen... Hektisch war. Tut mir das leid, weil ich bin sehr sehr aufgeregt, das eigentlich alles benutzen zu können, zu dürfen. Hoppala. Na, machen wir mal so. Und ich hoffe, dass das... Also wenn ihr das Video seht, dann ist der Hangout ja schon passiert. Und ich hoffe, dass ich bis dahin die Kamera zum Laufen gekriegt habe, weil die ist... Ich habe mir da schon eine durchgelesen und so. Huff. Ich hoffe, das schaffe ich alles und auch, dass es vernünftig aussieht. Und ich hoffe, ihr seht auch dann überhaupt einen Unterschied im Hangout. Nicht, dass ich dann ein Hangout mache. Ich werde auch nichts sagen am Anfang. Der Einzige, der jetzt was weiß, ist Soulflyer. Und nicht, dass es dann sagt, ja, es ist kein Unterschied. Weil dann hätte ich eine Sachen davon mir sparen können. Gambling und so zum Beispiel. Und ein Akku und so. Naja, das ist halt meine größte Angst, ehrlich gesagt. Dass ihr die... Dass es da halt nicht einen deutlichen Qualitätsschub gibt und ihr da den Unterschied merkt. Das ist meine Angst. Weil ihr werdet... Das Video werdet ihr definitiv erst Samstag oder Sonntag sehen. Ein bisschen Feedback wäre toll. Ich würde mich freuen, wenn euch gefallen hat. Däumchen wären, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin. 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 Odin.